Hallo und herzlich willkommen zu dieser Präsentation. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie zum einen zu 100% passiv Geld ab dem ersten Tag verdienen können und zum anderen, wie Sie, wenn Sie sich aktiv beteiligen, finanzielle Freiheit erlangen und zeit- und ortsunabhängig werden. Wie das geht, werde ich Ihnen jetzt in den nächsten 10 Minuten aufzeigen. Deshalb möchte ich Ihnen das Unternehmen BionPush vorstellen, womit Sie durch Online-Marketing-Investments Ihre Freiheit in allen Segmenten erreichen werden, egal welche Ziele Sie dabei verfolgen. So steigen wir jetzt deshalb direkt ein. BionPush ist ein Unternehmen, das sich auf den Handel im Bereich der Echtzeitwerbung spezialisiert hat und es nutzt dabei die Real-Time-Bidding-Technologie, um Echtzeitwerbeplätze zu kaufen und wieder zu verkaufen. Und das Erste, was mir an BionPush persönlich gefällt, jetzt im Vergleich zu anderen Portalen, ist, dass es ein eingetragenes Unternehmen im Vereinigten Königreich ist, mit einer vorhandenen Registrierungsnummer. Und gleichzeitig haben Sie noch einen Hauptsitz in Luxemburg, wo das Office von denen ist und ich habe da bereits schon mit dem Support geschrieben, man kann die, wenn man mit einem Mitarbeiter des Unternehmens einen Termin vereinbart, kann man die auch vor Ort besuchen. Ansonsten ist das Gründungsjahr oder das Gründungsdatum am 28. August 2015 gewesen und aktuell haben wir ca. 14.000 Mitglieder, die bereits dort dabei sind. Des Weiteren hat BionPush einen sehr, sehr starken CEO und zwar ist es der Ferki Demirovski. Er wohnt in Brüssel und er ist gleichzeitig eben Analyst im Europäischen Parlament. Das heißt, er weiß oder er kann sehr perfekt mit Zahlen umgehen und man kann auch gerne mal sein Facebook-Profil anschauen. Was mir besonders an ihm gefällt, ist, dass er wirklich sein Gesicht zeigt. Er dreht Videos und erklärt auch den Leuten, wie seine Technologie oder wie das Unternehmen das Geld verdient und das macht das Ganze auch transparenter und schafft wirklich viel Vertrauen für die Mitglieder in diesem Unternehmen, die eben hier durchstarten wollen. So, jetzt fragt sich der eine oder andere, was ist denn Real-Time-Bidding überhaupt? Ja, beim Real-Time-Bidding werden zielgerichtete Werbeanzeigen in Echtzeit geschalten und dieser Prozess findet dabei in wenigen Millisekunden statt. Das heißt, wenn jetzt ein User eine Webseite öffnet, die Real-Time-Biddings nutzt, werden über Cookies Daten an einen Ad-Server weitergeleitet und dieser Server ist mit weiteren Werbenetzwerken und Plattformen verknüpft, die den besten Preis am Ende aushandeln. Und die Werbeanzeige mit dem besten Gebot wird dann auf dieser Webseite angezeigt. Und das Ganze ist sehr, sehr interessant, denn hier werden zielgerichtete Werbungen geschalten. Denn wie wird das genau gemacht? Und zwar, wenn ein Nutzer, sagen wir mal, es ist Max Mustermann, wenn jetzt Max Mustermann von einer Seite zur anderen Seite geht und auf jeder Seite irgendwo irgendwelche Display-Banner angezeigt werden, dann wird durch einen Algorithmus ermittelt, welche Werbungen denn auf Max Mustermann ansprechen. Das heißt, ihm werden auf einer Webseite mal Werbebanner von Fitness-Anzeigen gezeigt, auf der anderen Seite mal Kosmetik-Anzeigen und auf der anderen Seite werden ihm mal Geldverdienen-Werbebanner angezeigt. Und am Ende ergibt sich ein sogenanntes Profil. Am Ende heißt es vielleicht, okay, dem Max Mustermann gefallen Fitness-Produkte, denn er klickt am meisten auf Fitness-Banner. Und somit ergibt sich eben ein Profil, das eben in diesem Ad-Server gespeichert wird. Und sobald dann der Max Mustermann in Zukunft auf eine neue Webseite geht, die eben Real-Time-Biddings verwendet, werden ihm innerhalb von Millisekunden diese Fitness-Banner zugeschaltet. Das heißt, und wie funktioniert das genau? Und zwar, eine Webseite braucht im Durchschnitt 2,6 Sekunden, bis sie geladen hat. Und da hier dieser Real-Time-Bidding-Prozess innerhalb von Millisekunden stattfindet, kann man, bevor die Webseite geladen ist, ihm schon die passenden Werbeanzeigen zuschalten, auf die er dann reagieren wird. Und das ist verdammt heiß, wahnsinnig interessant, weil hier haben wir die super targetierten Nutzer oder hier wird eben mit dieser Methode super targetiert Werbung geschalten. Und das macht es wahnsinnig interessant. Und hier können auch sehr viele Gewinne dadurch erzielt werden. Und der Markt, in dem wir uns hier bewegen, ist super groß. Und zwar ist die Online-Werbebranche ein boomender Markt, in dem jedes Jahr mehrere 100 Milliarden Dollar generiert werden. Allein 2014 wurden über 143 Milliarden Dollar dafür ausgegeben. Also eigentlich unvorstellbar. Also ich kann mir diese Summe realistisch selber gar nicht vorstellen. Man weiß, dass mittlerweile Google, Facebook, Twitter und Co., die machen Milliarden Umsätze durch ihre Ads, die geschaltet werden von Agenturen, von Privatpersonen etc. Und das ist ein unheimlicher Markt. Und allein für 2014 wird ein Wachstum von über 5% erwartet. Also weitere Werbeausgaben von über 150 Milliarden Dollar. Und die Tendenz wird immer steigen. Das ist echt der Wahnsinn. Das heißt, wir bewegen uns in einer Evergreen-Branche, wo immer wieder Gelder generiert werden. Und das von Jahr zu Jahr immer mehr. Kommen wir nun zu den Zielen von BionPush. Denn das ist ganz wichtig, wenn ein Unternehmen wichtige Ziele verfolgt und auch Visionen hat und ihren Weg verfolgen wird. Und zwar als erstes wollen sie ihr Kapital kontinuierlich erhöhen, um eben bessere Positionen auszuhandeln, das wiederum noch höhere Gewinnmargen erzielt. Das heißt, dadurch, dass sie skalierbare Prozesse haben, können sie eben durch unsere Investments, können sie eben mehr Positionen einkaufen. Und je höher das Investment ist, desto günstiger kann man ja dann auch die Positionen einkaufen. Und dadurch ist dann eben die Spanne zwischen Kauf und Verkauf höher. Und dadurch können dann eben auch höhere Gewinnmargen erzielt werden. Als zweites arbeiten sie gerade an einer Mobile-App. Und die soll im nächsten Jahr rauskommen, wodurch sie ein riesiges Netzwerk schaffen wollen und eben erlaubt von der Positionsseite und der Datenseite aus zu handeln. Und als drittes möchten sie bis 2018 Marktführer in dieser Branche werden und weltweit agieren. Kommen wir nun aber zum Produkt, wovon sie und ich letzten Endes profitieren können. Und hier werde ich Ihnen auch beantworten, wie sie zu 100% passiv Geld verdienen. Und zwar sind die Produkte Investmentpakete. Und hier auf der rechten Seite sehen wir auch die Investmentpakete. Die fangen an mit gerade mal 20 Dollar. Also der Einstieg ist hier sehr, sehr gering. Gerade mal 20 Dollar. Und die steigern sich bis auf 10.000 Dollar. Und Bion Push schüttet dabei jeden Tag ihre Gewinne an all ihre Mitglieder aus. Außer am Wochenende und an Feiertagen, weil Bion Push nur an Werktagen mit den Real-Time Biddings handelt. Und die Höhe der täglichen Rendite wird durch die Höhe der Investments bestimmt. Das sieht man hier auch auf der rechten Seite. Und zwar wenn man jetzt mit einem 20 Dollar Paket einzahlt, dann gibt es hier bei jedem Paket Multiplikatoren. Bei 20 Dollar habe ich einen Multiplikator von 1. Das heißt, wenn jetzt der tägliche Profit 2% betragen würde, dann würde ich für diese 20 Dollar an diesem Tag dann eben die 2% bekommen. Hätte ich jetzt aber 1.000 Dollar investiert, dann würden diese 2% mal 1,3 genommen werden. Und dann hätte ich für mein 1.000 Dollar Paket 2,6% bekommen. Was aber alle Pakete gemeinsam haben, die erwirtschaften in ihrer Laufzeit alle 150%. Das sieht man hier oben. Das heißt, wenn Sie eine Rendite von 150% erzielt haben, läuft eben das Paket aus und man kann auch dann reinvestieren. Wobei man direkt, sobald man schon 20 Dollar oder 50 Dollar erwirtschaftet hat oder natürlich je nachdem mehr, kann man sofort immer wieder reinvestieren und von diesem Zinseszinseffekt profitieren. Das kennen Sie bestimmt von dem einen oder anderen Portal. Das Positive aber auch hier ist, man muss hier keine Werbungen oder Sonstiges anschauen. Falls jetzt hier einer denkt, oh, ich muss selber diese Echtzeitwerbungen schauen oder Sonstwas. Nein. Das heißt, das Unternehmen, er wird, ist wirklich ein Marketingunternehmen, das dadurch Geld generiert. Sofort ab dem ersten Tag generieren die externen Geld und Sie müssen dabei wirklich keine Werbung anschauen. Sie müssen investieren und mit diesem investierten Geld werden die Gelder durch Marketing beschafft. Und das ist hier wahnsinnig super und wie gesagt, der Einstieg ist sehr, sehr gering, gerade mal mit nur 20 Dollar, wobei man hier auch sich kostenlos anmelden kann, um einfach mal einen Einblick ins Backoffice zu bekommen, was auch verdammt gut ist. Und genau, und wenn man dann davon überzeugt ist, kann man mit 20 Dollar starten oder je nachdem, welche Summe einem lieb ist. Und damit habe ich hier mein erstes Versprechen eingelöst und zwar machen Sie hier bereits ab einer Investition von 20 Dollar ab dem ersten Tag zu 100% Passivgeld. Und wenn ich ehrlich sein darf, es ist auch nicht wenig, denn wenn Sie im Durchschnitt mal anschauen, zwischen 0,5 und 3,5% täglich, ist der Durchschnitt 2%. Und wenn Sie jetzt durchschnittlich 2% täglich bekommen, das ist sehr, sehr viel im Vergleich zu anderen Portalen, die Ihre Mitglieder am Umsatz beteiligen. Und da müssen Sie wahrscheinlich noch Werbung schauen. Das können Sie ruhig mal vergleichen. 2% ist verdammt viel. Und generell, die meisten Leute sind heutzutage noch klassisch in Banken investiert. Ich glaube, das sind knapp über 80%, die wirklich Ihr ganzes Geld nur in Banken rumliegen haben. Und da wären Sie froh, wenn die überhaupt 2% im Jahr bekommen würden. Und hier bekommt man das jeden Tag. Natürlich ausgenommen an Wochenende, aber wenn man das aufs Jahr her sieht, sind es immer noch weit über 250 Tage, wo Sie durchschnittlich 2% bekommen. Und das ist wirklich sehr, sehr viel und das komplett passiv. Können Sie gerne wirklich andere Sachen vergleichen. Das ist hier wirklich eine richtig geile Einkommensquelle. Schauen wir uns aber jetzt einmal an, wovon wir noch profitieren können, wenn wir hier als Partner oder Mitglied durchstarten wollen. Und zwar bekommt man hier zum einen einen Unilevel, beziehungsweise auch direkter Bonus genannt, von insgesamt 15%. Und zwar, wenn Sie jemandem Bion Push empfehlen, der das auch nutzen will, bekommen Sie eine Direktprovision von 13%. Und 13% ist wirklich sehr, sehr viel als direkte Provision. Da können Sie auch gerne andere Portale vergleichen. Und gleichzeitig bekommt man auf zweiter Linie sogar noch 2%. Das heißt, wenn Sie einen hier direkt geworben haben und dieser wiederum weitere Partner wirbt, bekommen Sie darauf auch nochmal 2% auf deren Investments. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist wiederum halt auch besonders sehr interessant für Marketer. Denn wenn Sie jetzt hier einen werben würden, der beispielsweise 1.000 Dollar investiert, dann haben Sie direkt schon mal 130 Dollar bekommen. Ja, und wenn diese wiederum dann weitere werben, ja, kann ganz schön interessant werden an Provisionen, was man da bekommt. Das zweite, der zweite Bonus, der zweite Bonus, den wir hier haben, und der ist wirklich einmalig, beziehungsweise ich kenne diesen Bonus bei anderen Portalen oder bei anderen Revenue Share Portalen, die eben die Mitglieder am Umsatz beteiligen, kenne ich diesen Bonus gar nicht. Und zwar der binäre Bonus. Das können Sie sich vorstellen, wie wenn man zwei Teams hat, ein linkes Team und ein rechtes Team und man bekommt 10% des Umsatzes des schwächeren Teams. Man kann auch, man spricht auch bei einem Team von Beinen. Und ich mache das mal an einem Beispiel hier fest. Sie müssen jetzt vorstellen, 5.000 Dollar hat das schwache Bein und 10.000 Dollar hat das schwache Bein dann Umsatz generiert. Und dafür erhält man dann 10% von eben diesen 5.000 Dollar, die im schwachen Bein entstanden sind. Und das wären einfach nochmal on the top 500 Dollar. Und Sie können sich das vorstellen, wenn jetzt unter Ihnen ein Team von alleine, also natürlich erstmal durch Sie, aber dann es an Dynamik gewinnt, dann profitieren Sie hier wahnsinnig hohe Gewinne, also hohe Boni, die nochmal on the top durch diesen binären Bonus kommen. Und der restliche Umsatz des starken Beins wird dann am nächsten Tag verschoben. Also der geht dann, am nächsten Tag werden da 5.000 Dollar abgezogen, da die ja berechnet wurden. Und das heißt, am nächsten Tag sind auf dem starken Bein, bleiben da noch 5.000 Dollar. Und als Voraussetzung, um vom binären Bonus zu profitieren, müssen eben mindestens zwei Mitglieder gesponsert werden. Eins links und eins rechts. Und diese müssen aber auch beide aktiv sein, das heißt mindestens ein Paket gekauft haben, also mindestens ein 20-Dollar-Paket gekauft haben. Und ja, das ist wahnsinnig interessant, wenn man hier wirklich durchstarten will und vor allem auch sehr, sehr interessant für Networker, weil das ist sehr, sehr lukrativ, weil hier wirklich hohe Umsätze, weil es hier ja ums Investieren geht. Jeder möchte natürlich aus seinem hart verdienten Geld, egal woher er das Geld hat, ob er jetzt ein Angestellter ist, ein Arbeiter oder ob das jetzt ein Unternehmer ist. Jeder, der Geld verdient, möchte ja sein Geld vermehren, ob er das jetzt mit Aktien, Gold oder mit was auch immer macht, kann er auch das als Alternative, kann er hier sein Geld reinlegen und hier bekommt er sehr attraktive Gewinne und das natürlich auch passiv und durchschnittlich 2% am Tag. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Deswegen ist es ein wahnsinnig mächtiges Business, was wir hier haben. Wie Sie Ihren Weg letztenendlich natürlich bei Bion Push beschreiten werden, liegt ganz allein bei Ihnen. Jedoch, wenn Sie an die Unternehmensspitze von Bion Push kommen wollen, beteiligt Sie Bion Push von besonderen Boni und die richten sich nach dem Umsatz ihres schwächeren Beins und hier bekommt man eben Bonusse von Luxus-Pans bis über zu Apple-Produkten, weiter mit Rolex, mit einer Rolex und dann geht es bis zur Spitze, wo man ein Sportauto und einen Privatjet-Flug bekommt. Das ist natürlich erst mal sehr weit weg, aber Bion Push will damit natürlich seine Partner motivieren, denn für Bion Push steht ganz klar der Mensch im Mittelpunkt, denn Bion Push weiß ganz genau, wenn jetzt hier die Partner nicht mehr wären und nicht mehr investieren würden, dann würde ja auch das Unternehmen nicht existieren. Deswegen bietet Bion Push den Partnern so viel Umsatzbeteiligung an, angefangen von der täglichen Umsatzbeteiligung, erwirtschaftet durch das Online-Marketing bis über die Provisionen, die man bekommt, wenn man weitere Partner ins Boot holt und weiter natürlich über diesen binären Bonus, der sehr besonders ist und letztendlich dann natürlich noch hier als Zusatz diese Geschenke, wenn man gewisse Ziele in diesem Unternehmen erreicht. Und das ist wirklich sehr, sehr viel, was Bion Push an ihre Partner ausschüttet. Ja, ich hoffe, Sie verstehen diese revolutionäre Gelegenheit, die uns geboten wird. Egal ob Investor, Marketer oder Networker, wir können hier alle zusammen eine Maschine starten, die so groß wird, um jeden von uns finanziell, Orts- und Zeitunabhängig zu machen. Und das ist wirklich mein Ernst, denn ich habe in der Vergangenheit so einiges mitgemacht, aber was hier passiert, ist wirklich unglaublich. Ich habe hier innerhalb der ersten sieben Tage ein Team von über 73 Partnern aufgebaut. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Denn das Produkt, das wir hier haben, ist einfach Geld verdienen. Und egal, ob da draußen jetzt jemand ein Arbeiter ist, ein Angestellter oder ein Unternehmer, die wollen ja durch Investmentmöglichkeiten, wie zum Beispiel Aktien, Edelmetalle oder auch wenn es jetzt auch eine Bank ist, mit einem Sparbuch, die wollen ja ihr Geld vermehren. Und wir bieten hier eine sehr attraktive, alternative Investmentmöglichkeit an, wo eben die Leute andauernd dadurch Geld einnehmen. Sprich, wenn jemand aus 20 Dollar, 30 Dollar macht, wieso sollte er dann damit aufhören? Und wenn er das mit 20 Dollar schafft, dann schafft er das auch mit, aus 100 Dollar, 150 Dollar zu machen oder aus 1000 Dollar, 1500 Dollar zu machen innerhalb von wenigen Monaten. Und wieso sollte er dann damit aufhören? Geht ja nicht. Deswegen ist es ja hier so wahnsinnig interessant, denn die Kunden bleiben hier, weil sie hier andauernd Geld verdienen und wir dadurch ein residuales, wiederkehrendes Einkommen erzielen. So, wir befinden uns nun am Ende der Präsentation und unter diesem Video befindet sich ein Link oder ein Button und wenn Sie auf diesen klicken, können Sie sich bei BionPush kostenlos anmelden. Und wie man sich anmelde, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Dazu muss ich aus der Präsentation raus. So, wir befinden uns hier auf der Startseite von BionPush und um sich anzumelden, muss man hier ganz einfach oben rechts auf Sign Up. Dann erscheint hier das Registrierungsformular. Ganz oben sollte natürlich der Sponsor von Ihnen stehen, der Ihnen das Video oder Ihnen eben den Link zugeschickt hat. Dann sollten Sie Ihren Nutzernamen eintragen, Ihre E-Mail, Ihr Passwort. Das Passwort nochmal wiederholen und dann suchen Sie Ihr Land aus, in dem Sie sich befinden. Und am Ende müssen Sie die Terms and Conditions, also die AGBs, können Sie nochmal durchlesen, können Sie dann hier mit einem Haken bestätigen und dann können Sie Ihren kostenlosen Account erstellen. Danach können Sie sich direkt einloggen und sehen auch das Innere, also das Backoffice. Und das Backoffice ist sehr, sehr intuitiv. Können Sie sich mal durchklicken und einen eigenen Eindruck davon verschaffen. Und sollten Sie dann davon überzeugt sein, können Sie jederzeit Ihr Investment tätigen. Angefangen eben, das Mindestinvestment ist eben die 20 Dollar, von denen ich erzählt habe. Bezahlmöglichkeiten sind hier über Payser und Pay Year, wobei über Pay Year können Sie über Kreditkarte oder per Banküberweisung, genauso wie bei Payser. Das geht relativ schnell. Bei Pay Year, ich persönlich habe selber das über Pay Year gemacht. Ich habe damit meine Visa-Karte innerhalb mich von 10 bis 20 Minuten verifiziert. Das wurde sehr schnell bestätigt und schon hatte ich mein Investment drin. Also ganz einfach. Und wie gesagt, probieren Sie es aus und verschaffen Sie sich selber dazu einen Eindruck. Und falls Sie noch offene Fragen haben, dann bitte ich Sie, sich an Ihren Sponsor zu wenden. Der wird Ihnen alle offenen Fragen kompetent beantworten. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören der Präsentation und wünsche Ihnen viel Erfolg in der Zukunft.